und hallo wieder zurück bei archage so wir müssen einmal mit dem nouveau sprechen und wir müssen irgendwelches gold aus irgendwelchen tunneln von kobolden mit tunneln in kobolden ach weiß der geil was irgendwas mit tunneln und kobold mittlerweile hat man so ein bisschen überblick verloren ich bin betrunken ich bin ich bin betrunken ich bin betrunken ich bin betrunken ich bin betrunken ach da bin ich ja komm mal zu mir ab zu kommen her gehen wir zurück musst du pullern du musst doch pullern ja ja meister ja meister ja meister meister so eben sind wir nach rechts jetzt müssen wir eigentlich nach links gehen so wie es aussieht noch links nach sich mit acht da hinten ist eine quest betreten verboten kobolde sind sehr gefährlich nicht in der nähe der höhle spielen nach die frau mit den komischen namen und da hinten haben wir schon sehr hübsch aus machen so gut bei mir sieht das alles ein bisschen dunkler aus absolut fast hatte ich die sehen die sehen tige wieder aber in kobold hat mich erwischt du sollst doch zurück dem mensch ich bin doch nicht hierher gekommen um verstecken zu spielen ich wollte die sehen tige zurückbringen was ist denn die sehen tige die sehen tige war war für meine familie sehr wichtig aber die kobolde haben sie vor einer weite gestohlen ich versuche sie zurückzuholen und ich wollte sie wirklich haben um sie der turava zeigen zu können er hat mich feigling genannt das ist ja bitte hilft mir die seelen tige zu bekommen die kobolde bewahren sie in einer kiste in der höhle auf bringen sie der lehrerin zurück wenn du sie finden ist und sagt unbedingt ich hätte sie gefunden ich sehe so lange zu du bist mir einer eines eines ernesto ernesto ich komme wir haben hier geschickte kobold krieger und geschickte kobold krieger und geschickte kobold krieger haben wir auch noch echt die nase zu prügeln und dann sehe ich dir aus wie karl knödel daddel oder karl knödel die haben wir haben wir haben mich wieder bekommen ja war etwas verdürende wesen er Muss ich überhaupt hier lang? Das ist ne gute Idee. Einfach mal zuhauen. Ist nicht verkehrt. Bevor er auf die Idee kommt. Kleine komischen... Was ist denn hier los? Das ist gut. Das war auch noch gewesen. Er rutscht ab. Ist doch hier keine Rutsche. Was müssen wir hier machen? Knochenmauer, Warnung, Besieger, Höhlenkurbel. Acht Stück insgesamt. Weil wir auch gerade der Höhle sind, muss ich dir was zeigen. Da kommt nur einer. Rabunz, 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 Rabunz. Dankeschön. Bitteschön. Gehen wir mal nach oben erstmal. Das ist die gleiche Idee. Er hat sich erwischt. Mist. Da rutscht er wieder. Da rutscht er wieder. Da rutscht er wieder hier rund durch die Gegend. Ha ha. Na, sag mal. Ha ha. Da rutscht er. Das ist einfach viel Faktor. Was ist denn hier los? Oh, ha. Man kann mal rundherum gehen, ja? Oh, ha. Ah ne, gehts wieder raus. Rumdrehen. Ich bin schneller als du. Da hinten ist eine. Da vorne ist eine. Oder da unten. Du kannst vielleicht perfekt sterben, aber ich bin mehr für Zauber geeignet. Ah, mein Zauber ist da nicht allzu... Sag mal, ist denn. So, das haben wir schon mal. Weiter müssen wir. Nimm die Seen-Teaser aus der schäbigen Schatzkiste. Wo ist denn die Schatzkiste? Entscheidend müssen wir hier rum. Waren wir nicht da oben gewesen? Wenn wir wieder oberhalb sind, muss ich dir was zeigen, ok? Außerhalb, oberhalb? Außerhalb. Wo bist du? Ich bin mir auch schon erlegen. Erlegen? Ja, von mir ist es ja so. So, um 27 Metern ist hier irgendwas... Danke für die vielen Rüstungen heute. Ach, hier. Ich hoffe, wir müssen das Herz abbauen. Nimm die Seen-Teaser aus der Schäbigen Kiste. Hä? What? Ach so, einmal Runde rumlaufen. Warte auf mich. Ok. So, ich komme. Vielleicht weißt du alles wieder an. Ah! Zu weit! So hier rum. Ich sehe hier nichts auf meinem Tisch. Oh. A Princess hat ein leichtes Problem mit dem Laptop-Schlepptop. Der hat leichte Anzeigeprobleme. Oh, ist bloß, ist das... Normal. ...treiber? Oder ist das... Wie hart wer? Ich habe einen... Ah! Schatz gefunden! Ich bin fast gegen das Messer gegangen. Das ist ja fast nur wegen einem Horrorspiel. Oh, warte, nur hier. Das finde ich. Die Jude bekommen hier. Ah, Superior! Kriege ich gewesen auch was davon, wenn du das nimmst? Hast du genommen schon? Glaube ich. Scheint nicht so. Du halst seins, ja? Ich habe meins. Gestohlene Kurbelkiste öffnen. Die Gentine ist eine Kette. Habe ich auch bekommen. Warte, Kette? Woher weißt du, wo das eine Kette ist? Ich habe es gerade... Ich sehe es gerade hier. Ach da. Sehntide. Eine kunstvoll gefertigte Halskette. Sie scheint aus massivem Gold zu sein. Aha, aha, aha. Wenn wir außerhalb sind, können wir hier unsere neuen Rüstungen ausprobieren. Ja. Ist hier noch was zu tun? Und du musst mir sagen, was niedlich an mir aussieht denn. Hm. Oh. Oh. Da kommt jemand. Ah, der hat einen weißen. Machen wir auch ein bisschen Erstabbauern hier. Die haben alle auch Tiere. Cute. So, wo müssen wir nur hin? Wir müssen eigentlich nach da oben in die Höhle, wa? Wir müssen ganz tief in die Höhle rein. Dann gehen wir mal. Weißt du was? Ich gehe auch... Ich gehe mal hier lang. Und hier geht es nicht lang. Ah, kannst du kurz den hinter mir filmen? Wo bist du denn? Danke. Aber immer doch. So. Na, eigentlich müssten wir da lang. Aber da kommen wir nicht lang. Also das heißt, wir müssen erstmal wieder da. Zurück. Oh Gott. Was das wieder finde? Mein liebe Heilgangsfeil. Wir müssen erstmal wieder da. Dann gehen wir mal hier lang. Dann müssen wir hier links. Versuch mal. Ich versuch mal. Ich versuch mich nicht von den Monsteren erwischt zu lernen. Okay. Schönen. Also ich weiß es nicht okay. Mach das. Ich weiß nicht den Weg hier findest du. Hier ist es so verdammt dunkel. Okay. Der Weg ist gut. Der Weg ist gut. Der Weg ist gut. Der ist leicht nach links. Der ist ja alle voll. Wir können ja mal die achten. Ich bin so. Ich bin so verduselt gewesen hier. Jetzt lassen wir die Halt hin. Und dann werden wir auch. Die auch. so weiter geht es einmal links einmal rechts hatte mich gespürt gelingstet da langste der ungstet ein versuch der geist besiege folgende person gescheckter kobold blinkt matter nimm danach folgenden gegenstand die große gold klumpen ach du heilige butter hast du jemanden getroffen, hast du gefunden, gesehen? ich sollte wissen, aber ich stand da hinten, der rennt uns an oh ein sterne, bitte ja die büsse sieht man dann nur einmal, wenn man sie wirklich fett stimmt hast du? ja so das war es anscheinend, sehr gut hier ist eine kiste, dachte jetzt kann man was aber jetzt kann man nichts ok, jetzt sind wir sozusagen mit der egal ob die historia jp Ich fliege! So, das heißt, wir müssen jetzt wieder komplett zurück? Hallo! Richtig? So, komm, Leo. Warte, ich muss... Nichts, nein! Was flötest du denn da? Ich wollte eigentlich mein Tier rufen. Ist dir irgendwie nicht so richtig gelungen? Ja, super. Warum kann ich nicht auf meinen... ...auf meinen... ...demo... Musste ich also... ...absteigen? Weil der Knödelwacker... Ich renne! Ah, die... Ach, das stimmt ja. Äh, wir müssen doch flangen. Ich hab mich verlaufen! Ach, da geht's lang. Sonst sollte man hier wieder raus. Ich bin den Weg nach draußen nicht, Achter. So... Moment, nein! Ich hab mich verlaufen! Äh, ich auch. Ah, ich hab den Ausgang gefunden! Ah! Ich hab mich schon wieder angemütet hier. Nein, mein, ich war nicht so fast noch. Ich war nicht hier draußen auf dem Doppel. Ich muss mich erstmal ein bisschen hier... mit den Herrschaften rumschlagen. Oh! Ich hab den Ausgang gefunden, ist gut. Wo hast du den gefunden? Was ist da nichts? Das ist der Ausgang! Bei dir ist noch zwischendurch eine Wand. Ach, da! Ach! Ich verstehe, ich muss alles rum. Ich musste mich an die Dunkelheit und an die Helligkeit orientieren. Ach, da geht's auch nicht weiter. Moment, da muss ich hier lang. Ah! 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 Ich sehe den Ausgang! Ah, da geht's ja nicht weit. So! Guten Tag! Tschüss! So! Jetzt müssen wir erstmal wieder zurück. Warte, warte, warte! Wollten wir nicht Rüstung machen? Ach so, Entschuldigung, ich komme, ich komme, ich komme. Moment, ich komme ja. Jetzt musst du mich besichtigen. Einfach muss ich mich selbst sehen. So, einmal blicken bitte. So. Als erstes hätte ich neue Schuhe. Mhm. In einem zarten Lederton gehalten. Oder? Macht den schlanken Fuß. Bis? Okay, Moment. Das ist ja keine Mondeschau. Du musst ja gucken, was mehr ab wäre. Die sind ja auch sehr stark. Hier kann ich nichts wechseln. Ach so, hier wechsle ich schon. Moment, hab ich noch was? Wir warten, wir warten. Kannst du ja deine auch schon entzaubern? Ach so, hier muss ja erstmal ja das. Das ist schon hier so extrem voll alles. Ja, bei mir auch. Ich gehe bald wieder verkaufen. Willst du denn mitverkaufen kommen? Also wir werden mal noch den Rest der Folge, eigentlich wäre Zeit da, aber wir werden mal den Rest der Folge damit so ein bisschen verbringen hier unten. Wieder aufzuräumen? Ein bisschen, oder? Rief zum Ältesten. Aber da habe ich auch so viele. Ich weiß ja nicht, wo ich die abheben soll. So, willst du dich jetzt auch ein bisschen schon umziehen? Oh, ich habe zwei Goldenmünzen. Moment, erstmal kurz hier. Wir haben ein Schild. Können wir ihn anlegen? Nein, können wir ihn anlegen eigentlich. Ist er stärker? Ach so, was habe ich denn überhaupt angelegt? Angelegt habe ich eine Zweihandwaffe. Ach so, darum habe ich auch kein Schild. Gut, hier haben wir die Bronzehalskette. Bei mir ist alles voll. Wir haben den Räumen hier und der hat ein bisschen mehr. Dann legen wir mal den an. Dann haben wir Plattenrüstung. Die hat auch ein bisschen mehr. Dann legen wir mal die an. Dann haben wir hier einen Dolch. Der hat natürlich weniger, weil ich habe eine Zweihandwaffe, der kann dann weg. Großer Goldklumpen. Ein Ohrring haben wir. Ich brauche Unterwäsche. Der hat aber jeweils weniger als wir brauchen. Einen Rohstein. Ein ungeschliffener Diamant. Was haben wir noch? Ein prächtiges Dämonentöter. Du würdest dich, wenn du dich umziehst, aber mal selbst ansehen, damit die Zuschauer den Unterschied merken. Ach so. Wäre das eine Idee? Was habe ich denn umgekleidet? Hat er eigentlich bloß jetzt hier den gehabt. Oh, das ist jetzt ein bisschen dunkler geworden. Ah, mir ist da nicht passiert. So, und den behalten wir auch noch. Ansonsten kann der Rest... Hast du keine andere Rüstung? Ach, die können wir noch ansehen. Der hat da sogar besser. Aber so viele Sachen hast du nicht bekommen, oder? Nö, eigentlich noch. Also ich habe ganz viel Rüstungen bekommen. Nö, soweit ich höre zu den ganzen sitzen, meine beiden Sachen, die ich auf Reserve habe, dann ist die Seenthien, die ich abheben muss und diese sechs Sachen werden verkauft. Ich habe hier noch eine Proviantruhe, die kann ich aber noch nicht aus... Oh, ich habe hier noch eine... Oh, ich habe hier noch einen Ärmel. Der hat eine höhere Magieabwehr. Soll ich langsam mal auf Magie gehen? Weil ich habe ja gesehen, ihr habt nur ein letztes Mal... Wie gehen wir auf Magie? So... So... Wollen wir denn nicht irgendwann einen... Trämer oder irgendjemanden finden, der was verkauft für uns? Ja, so... Wir werden jetzt demnächst hier hingehen und erstmal unsere beiden Quests beenden. Bevor wir das aber machen... Ich weiß schon, ich weiß schon! Wir bedanken uns fürs Zugucken! Tschüss! Tschüss!